Mein Name ist Karl-Heinz Hellmann, bin 61 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder, drei Enkelkinder und wohne mit meiner Frau zusammen in Velen auf der Schulstraße. Von Beruf bin ich Diplom-Informatiker. Mein Lieblingsort hier in Velen ist der Tiergarten. Hier kann man wunderbar spazieren gehen, relaxen und die Seele baumeln lassen. Ich habe zwei Schwerpunktthemen. Wohnen und Arbeiten. Der jeweiligen Lebenssituation angepasst, soll das Wohnen in Velen und Ramsdorf möglich sein. Wohnungen für junge Menschen, Schaffung von Eigenheimen bis hin zum barrierefreien Wohnen. Vor dem Ausgeben kommt das Erwirtschaften. Daher liegt mir eine starke Wirtschaftsförderung und der nachhaltige Umgang mit Finanzen am Herzen. Wichtig ist, gehen Sie am 13. September wählen. Bitte geben Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.